Warum du dir gar nicht so einen riesen Stress machen musst bei deiner Content-Erstellung, das erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen. So, krasse Ansage. Warum muss ich mir denn eigentlich gar nicht so einen Stress machen, Uwe? Weil heute Freitag ist und wir entspannt ins Wochenende gehen. Eigentlich ist ja heute Sonntag. Also es ist Freitag und Sonntag. Aber wir produzieren ja Freitag vor, wir sind Sonntag. Ich meine, wenn ihr uns hier schon länger verfolgt, dann wisst ihr das. Und wir haben heute unseren letzten Live-Call gehabt. Wieder mal. Das war so cool. Das war heute so, der ging runter wie Öl. Wir haben heute sehr viel Liebe bekommen in unserem letzten Live-Call von unserem Geschichten-die-verkaufen-Batch, der jetzt zu Ende gegangen ist nach zwei Monaten. Und da haben wir an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass die Leute jetzt erst durch die Ausbildung wissen, wie viel mehr sie machen können. Und wir sagen auch immer scherzeshalber, how much content should I produce? More. Genau. Also, wie viel Content soll ich prozedieren, produzieren? Immer mehr. Immer mehr, ganz genau. Das stimmt ja auch per se, aber es überfordert eben auch ganz schnell. Also wenn man sich überlegt, manche Leute hauen jeden Tag einen Beitrag auf LinkedIn raus, mache ich mittlerweile übrigens auch nicht mehr. Jede Leute, die machen da noch zwei Podcasts die Woche oder machen die noch Videos und so. Und das ist ja auch alles richtig und schlau und sinnvoll, aber es muss halt auch in den Rahmen passen, in deine Kapazitäten und zwar zeitlich, budgetär und auch emotional. Weil, ich weiß auch, ich habe jetzt irgendwie 200 Episoden bei meiner Happy List und ich muss sagen, bitte? Nichts? Achso, ich habe gerade das Studio aufgeräumt. Ein Kabel hat sich gelockert, für alle, die es nicht sehen. Ich musste gerade parallel das Studio live reparieren. Nein, ich habe 200 Episoden jetzt gemacht und ich merke, nicht, dass es repetitiv wird, aber ich bekomme natürlich einen anderen Blick auf die Welt, aber ich finde es schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Themen zu finden, wenn ich wieder auf Aktualität gehe, was mich so über die Woche beschäftigt, dann merke ich, da komme ich halt irgendwie in den Flow. Aber jetzt wirklich einen Redaktionsplan dafür zu machen, wird schwierig. Deswegen, du musst ja auch emotional in einem Stadium sein, dass es dir Spaß macht. Und du kommst ganz schnell raus, wenn du dir immer denkst, oh, ich müsste eigentlich viel mehr machen. Boah, alle anderen machen so viel mehr als ich. Und ich meine, es ist Storytelling, haben wir heute auch gesagt. Es ist Storytelling, es hat was mit Kunst zu tun. Das ist ein Talent, was natürlich mit Handwerk unterfüttert werden muss. Aber ein Maler, der schlecht drauf ist, ja gut, der könnte wahrscheinlich ein großartiges Werk machen, was dann aber von Tristesse geprägt ist. Aber du würdest es irgendwie merken. Und deine Geschichten wären wahrscheinlich auch eher trist, wenn du nicht motiviert bist. Und deswegen sollte man sich einfach ein bisschen locker machen. Ja, genau, locker machen, also ganz, wie sagt dein Sohn immer? Chillax dich mal. Nee, chill mal die Basis. Chill mal die Basis, Papa. Genau, deswegen chill du mal etwas mehr die Basis da draußen. Vor allem heute am Sonntag. Aber mach dir einfach nicht so einen Riesenstress, wenn es um das Thema Content geht, um das Thema Beiträge auf Social Media, einen Podcast rauszubringen, ein neues YouTube-Video zu veröffentlichen etc. Das Allerwichtigste ist erst mal zu starten, wenn du schon gestartet bist, dran zu bleiben und einfach mal einen rauszuhauen, wenn die Zeit es zulässt, wenn du es einrichten kannst. und mach dir auch gar nicht immer so riesige Gedanken über die Qualität. Es ist wichtig, dass du damit zufrieden bist und dass du für dich sagen kannst, hey, ich bin stolz darauf, dieses Content-Piece, dieses Content-Stück, diesen Inhalt zu produzieren, zu haben. Aber es ist kein Hollywood. Du brauchst nicht das krasseste Bild, den krassesten Ton, das krasseste Licht. Es muss gut konsumierbar sein. Es muss der Mehrwert, den du vermitteln möchtest, der sollte natürlich drin sein, dass das Ganze auch Sinn macht am Ende des Tages. Aber wie gesagt, du kannst doch einfach mit deinem Smartphone losreiten, ein Lavelier-Mikrofon einstecken, also diese, die man sich hier schön immer an das Reverse steckt sozusagen. Dies für, wie viel was kosten die? 30 Euro, 40 Euro bei Amazon? Irgendwie sowas. Also super basic, ein Ringlicht für, die Dinger sind auch super günstig. Ich glaube, 30 Euro gibt es dir schon. Und halt dein Smartphone und los geht's. Ja, das Wichtige ist halt, du musst dir überlegen, das ist, glaube ich, so die beste Regel dabei, würde ich es mir durchlesen? Würde ich es mir angucken? Also so, wenn du es schon scheiße findest, ist es wahrscheinlich scheiße. Lass mal Klartext sprechen. Wir hatten ja, hey, jetzt mal, Butter bei dir Fische, ich glaube, vor zwei Wochen oder vor einer Woche. Letzte Woche, ja. Letzte Woche, hatten wir, ohne Scheiß, es war, wir hatten einen harten Tag. Wir haben eine Stunde überlegt, Mann. Was erzählen wir euch? Was erzählen wir euch? Was zeichnen wir auf? Wir waren echt, wir hatten zig Themen. Wir haben auch was aufgezeichnet. Und dann hatten wir ein Thema, aber nur, dass dann diese Folge bestehend aus diesen ganzen Brainstormings bestand, die uns alle eingefallen sind, die Ideen, und die Folge war echt scheiße. Die haben wir gelöscht, die werden wir euch nicht zumuten. Und die erblickt leider nie das Licht der Welt. Aber das Gute war, wir haben uns trotzdem hingesessen, wir haben produziert und haben dann aber gemerkt, ey, wenn wir das hören würden oder sehen würden, würden wir uns denken, ey, was wollen die Typen? Was wollen die von mir? Was erzählen die mir? Also deswegen haben wir knallhart gesagt, okay, dann löschen wir es. Genau. Also überleg dir immer, würde ich es mir angucken, würde es mich begeistern? Und dann erzählt es eine gute Geschichte und gibt es einen Mehrwert. Und Mehrwerte gibt es jetzt nicht ganz so viele. Du kannst den Leuten gutes Wissen mitgeben, du kannst sie emotional zum Lachen bringen, zum Weinen bringen. Gute Zeit auch einfach. Ja, inspirieren oder gut unterhalten. Und das ist der Punkt. Entweder du gibst ihnen Wissen, du inspirierst sie mit einem guten Gedanken oder du unterhältst sie gut. Und im besten Fall alles drei. Also all das, was Geschichten, die verkaufen, natürlich macht. Ja, zu jeder Zeit. In jeder Episode. Nein, auch wir haben Ups und Downs, aber wir überlegen immer danach, wird es uns was mitgeben? Oder hätte es uns was mitgegeben, als wir noch irgendwie auf dem Weg waren, wo wir das zum Beispiel noch nicht wussten? Total. Und das hoffen wir, dass wir euch das hier mitgeben können. Und deswegen soll es auch heute ein Shorty sein. Was wir wollen, dass du dir heute mitnimmst, ist tatsächlich nur, entspann dich, fang mit etwas an oder wenn du schon was hast, mach weiter in dem Tempo, was du eh schon machst. Mach es dir einfach und denk immer dran, für den Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer, what's in for me? Was gibst du ihm mit? Gibst du ihm mit eine Unterhaltung, eine Zerstreuung oder ein gutes Wissen und das Ding ist, mach den entspannten Sonntag. Das ist das aller, allerwichtigste. Geh raus, hab Spaß. One step at a time. Ganz genau. Und wenn dir jetzt nichts einfallen sollte und du willst heute unbedingt was produzieren, dann geh raus, lauf eine Runde, genieß hoffentlich die Sonne, die heute scheint und mach ein geiles Foto. Und mach ein geiles Foto und dann überleg dir mal, was da für ein Text dran sein könnte. Oder wenn es dich gerade reitet und du denkst so, wow, jetzt hab ich gerade voll den Geistesblitz, die Location passt gerade super, dann zieh dein Smartphone raus und mach ein Video und nimm irgendeinen guten Input auf. Sei da auch einfach mal, ja, spontan. Es muss nicht immer alles tot geplant werden. Ganz im Ernst, wir sind auch extrem spontan, was den Podcast angeht. Das funktioniert manchmal sehr gut und manchmal, wie ihr gerade erfahren habt, überhaupt nicht. Und dann wird es halt wieder weggetreten. Weil das Schöne ist, die Welt weiß ja nicht, was du vorhast. Beim Zaubern gibt es eine ganz wichtige Regel. Ich war ja mal Zauberkünstler und eine der wichtigsten Regeln ist, kündige niemals an, was du tun wirst, weil wenn es schief geht, weiß nämlich keiner, was gekommen wäre. Das ist ganz wichtig. Den kann ich noch nicht. Der ist gut. Der ist wirklich saubichtig. Das ist eins der sechs Grundprinzipien der Zauberei. Können wir mal zukünftig darauf eingehen. Aber wenn die Leute ja noch nicht wissen, was sie verpasst hätten, dann wird es auch niemand vermissen. Deswegen, das ist diese Episode, die bei uns nie das Licht der Welt erblickt hat. Du kannst immer alles wieder einstampfen und denk dran, du hast auch noch den Schnitt oder die Postproduktion. Da kannst du alles retten. Und heute rettest du mal gar nichts, sondern genieß die Sonne, genieß deine Familie und letztlich mit guten Ideen auf guten Geschichten die Leute begeistern. Und dann sehen wir uns alle nächste Woche wieder. Einen habe ich noch. Hau raus. Und zwar, wenn du da draußen mal, so jetzt möchte ich das Mikro mal ein bisschen runternehmen, wenn du da draußen mal den Uwe zaubern sehen willst, dann, vielleicht ärgere ich dich jetzt ein bisschen, so ein bisschen. Dann haben wir da natürlich auch ein Video für dich und das packen wir mal. Ich glaube, das geistert damit noch auf YouTube rum, oder? Es gibt doch noch von RTL 2 Zeiten. Nein, das gibt es nicht wegen den Musikrechten. Oh nein. Das kennen nur wir. Mann, jetzt wollte ich hier Nein, das kennen nur wir. Jetzt wollte ich hier gerade ein geiles Video ankündigen, wo man Uwe schön, Uwe hatte ja mal eine Zaubershow auf RTL 2 auch. Also das haben wir irgendwann mal im Podcast schon mal erzählt. Aber er hatte eine Zaubershow auf RTL 2 und da geht ihr und du wirst es nicht glauben, Uwe kann über Wasser gehen. Und wenn du auf eins unserer Events kommst, sobald Corona weg ist, dann werden wir das vorführen und du wirst sehen, wie ich live über Wasser gehe. Okay, aber jetzt in diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao. Ciao.